Und daher bräuchte ich Verstärkung von euch, dass ich schneller aus der WG rauskommen kann. Und mein Freund Christian, das bin ich zum Beispiel. Christian wird bald in BGV als Ferienzobmann kandidieren. Und somit habe ich kandidiert, dass ich schneller aus der WG rauskommen kann. Und damit mein Freund Christian in BGV als Ferienzobmann kandidieren kann. Klingt besser. Somit habe ich Sehnsucht nach Familie und Freundin, damit ich glücklich bin. Außerdem ist meine Oma schon 79 Jahre alt und hatte seit Sommer 2014 eine kleine Augensehvermögenverlust bekommen. Daher kann sie mich nicht mehr über längere Zeit sicher nicht mehr betreuen. Am 23.10. habe ich Geburtstag und weil es schon elf Jahre verging, ist mein Traum nicht kleiner geworden. Daher möchte ich auch bitten, wer mir hilft, der will, komm bitte zu mir. Und ich würde mich freuen, dass ich endlich weg von der WG bin. Also weg von der WG komme. Ja, dass ich endlich weg von der WG komme. Ich wohne in Plunkergasse 5 im 15. Bezirk. Ich habe mittlerweile auch an jemanden geschrieben, der für mich die Missstände in allgemeiner sozialer Einrichtung wie alten Heimen kennt. Allerdings bekam ich von ihm noch keine Antwort, an ihn habe ich schon zum zweiten Mal geschrieben, und zwar im August, wie ich bei meiner Oma war, in Urlaub haben oder was das. Ja, das ist private Angelegenheit. So, das heißt, wenn der Achmed von seinem Heim kommt, habe ich auch mehr Zeit für meinen Verein. Und ich stelle auch immer meinen Verein vor, ich werde auch bald in Bundesgeneralversammlung als Obmann kandidieren, ich meine, als Kandidaten oder noch. Und da bräuchte ich Zeit für meinen Verein, und da bräuchte ich auch Zeit für meinen Verein, und da möchte ich auch bitten, den Achmed zu helfen, aus der WG rauszuholen, damit ich auch selber Zeit habe für meinen Verein. Weil ich als Obmann bräuchte ich auch ein Material, damit ich ausarbeiten kann, wenn es zum Beispiel um Politik geht, Demokratie, Basisdemokratie, ja, ja, ich weiß nicht. Ja, das hat ja länger gedauert, ich gebe an den anderen weiter. Danke, danke, und das ist seine Traumfrau. Gezeichnet aber. Gezeichnet von ihm. Und die Träume. Und die Träume. Dankeschön.